Für viele ist er ein absolutes Idol und der beste Spieler aller Zeiten. Es handelt sich um Lionel Messi. Wie wäre seine Karriere, wenn er nochmal von vorne startet? Das werden wir heute herausfinden. Angefangen natürlich bei seinem Jugendclub. Der Spieler des Jahres in der ersten Saison wurde Robert Lewandowski. In der Liga wurden sie leider nur 18. Platz. Lionel Messi ist am Ende der ersten Saison auf einer 80 hoch, hat in 30 Spielen 9 Tore und 4 Tore Vorlagen gemacht, was vollkommen in Ordnung ist und er wird wechseln. Lasst übrigens gerne ein Abo da. Für Messi geht es in die zweite Saison und er wechselt zum 1. FC Köln. Der Spieler des Jahres wurde Mohamed Salah und hier seht ihr noch das Team Ossie. In der Liga hat der Messi-Effekt leider nicht so viel gebracht. Wir sind nur auf dem 8. Platz gelandet, haben damit Europa verpasst und auch im DFB-Pokal war schon in Runde 2 direkt Schluss gegen Darmstadt und am Ende hat Hoffenheim gegen Bremen im DFB-Pokalfinale gewonnen. Die Champions League hat Manchester United gewonnen. Am Ende der Saison ist Messi auf einer 84 hoch, hat 35 Spiele gespielt, davon 18 Tore und 9 Torvorlagen gemacht. Ich würde sagen, es geht weiter in die dritte Saison. In der dritten Saison geht es für Messi nach Spanien und zwar zu FC Sevilla. Im Hintergrund wie immer das Team. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und hier seht ihr das Team Ossie im Hintergrund. In der Liga ist Sevilla auf dem 4. Platz gelandet. An Barcelona war diesmal absolut kein Vorbeikommen und auch im Pokal sind sie leider schon direkt rausgeflogen gegen Villarreal und am Ende hat Atletico Madrid den Pokal gewonnen. In der Gruppenphase der Europa Conference League konnten sie sich problemlos auf dem 1. Platz ungeschlagen durchsetzen. Im 8. Finale war auch Feyenoord kein Problem für Sevilla, aber im 4. Finale sind sie dann an Braga gescheitert, die auch am Ende das Finale gewonnen haben. Am Ende der Saison ist Messi auf einer 7.80 hoch, hat in 50 Spielen 19 Tore und 15 Torvorlagen gemacht. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Diese Leistung ist natürlich RB Leipzig auch aufgefallen und sie haben Messi unter Vertrag genommen. Hier seht ihr das kranke Team von RB. Der Spieler des Jahres wurde mal wieder Kylian Mbappé und hier seht ihr im Hintergrund noch das Team Ossie. In der Liga konnte Leipzig aber trotzdem nur auf dem 4. Platz landen und auch im DFB-Pokal war direkt schon Schluss gegen Greuther Fürth. Am Ende hat Wolfsburg gegen Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen. In der Champions League Gruppenphase sah es souverän aus, ungeschlagen weiter, aber im 8. Finale war dann Schluss gegen Neapel und am Ende hat Manchester City die Champions League gewonnen. Am Ende der Saison ist Messi auf einer 8.80 hoch, hat 44 Spiele gespielt, in denen ihm 12 Tore und 3 Torvorlagen nur gelungen sind. Also etwas ein Dämpfer und ich würde sagen, er muss auf jeden Fall wechseln, um den nächsten Schritt zu gehen. Gesagt, getan und er wechselt zum absoluten Top-Club und zwar zu Liverpool. Hier im Hintergrund seht ihr einfach das Team, er wird die Nachfolge von Salah übernehmen und das Team sieht einfach wirklich krank aus. Der Spieler des Jahres wurde mal wieder Kylian Mbappé und im Hintergrund seht ihr das Team Ossie leider immer noch ohne Lionel Messi. Jedoch auf dem Weg zum Weltspieler gab es den nächsten Dämpfer und zwar in der Liga wurde Liverpool nur 4. Platz. Im FA Cup sind sie auch relativ früh rausgeflogen gegen Crystal Palace und im Carabao Cup hat man im Finale gegen Manchester United verloren. Die Hoffnung lag also, bei der Champions League in der Gruppenphase sah es auch noch gut aus, dort konnte man sich durchsetzen. Im Achtelfinale war auch gegen Genk kein Problem da, aber dann im Viertelfinale sind sie rausgeflogen gegen Borussia Dortmund und am Ende hat PSG die Champions League gewonnen. Messi ist jetzt auf 192 hoch, hat in 58 Spielen 27 Tore und 6 Torverlagen gemacht, ist also besser in Form gegangen, aber das Team hat nicht mitgezogen, also denke ich, er wird wechseln, um Großes zu erreichen. Wenn man Messi hört und an die Champions League denkt, dann gibt es nur einen Klub und zwar Real Madrid. Er wechselt zu Real Madrid, hier seht ihr das kranke Team und ich schätze mal, damit ist auf jeden Fall der Champions League Titel drin. Der Spiel des Jahres wurde Ehrling Haaland und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team Ossie hier. In der La Liga konnte Real Madrid seine Dominanz ordentlich unter Beweis stellen, 15 Punkte Vorsprung vor dem 2 Platzierten, das lässt sich sehen. Im Pokal sah es dafür nicht so gut aus, dort ist man direkt rausgeflogen und am Ende hat Atletico Madrid den Pokal geholt. In der Champions League Gruppenphase konnte Real Madrid sich auf dem ersten Platz durchsetzen und im Achtelfinale konnten sie dann Neapel rauswerfen. Im Viertelfinale konnte man sogar auch relativ deutlich gegen Liverpool gewinnen. Im Halbfinale ging es dann gegen den anderen Klub aus England und zwar Manchester United, die sie auch rausgeworfen haben. Und im Finale hat Real Madrid gegen RB Leipzig gewonnen und damit steht der Champions League Titel für Lionel Messi. An diesen Titeln ist Messi natürlich maßgeblich mitverantwortlich. Er ist auf einer 95 hoch, hat 54 Spiele gespielt, in denen ihm 26 Tore und 12 Torverlagen gelungen sind. Ich würde sagen, es war eine sehr erfolgreiche Saison und es geht in die letzte Saison für Messi. Es geht also in die siebte Saison und letzte Saison der Karriere-Simulation. Messi ist auf einer 95 hoch, Real Madrid, wie wir es sehen, haben sich auch weiterhin verstärkt, unter anderem mit Kylian Mbappé. Das große Ziel ist erreicht und zwar Messi ist Weltfußballer des Jahres geworden. Das ist doch schön, dieser Anblick mal zu sehen. In echt weiß man es, kennt man es natürlich. Aber dass wir es auch in dieser Karriere schaffen, nachdem wir es mit Ronaldo geschafft haben, ist doch schön zu sehen. Und natürlich ist er dann auch anschließend im Team of the Year drin. In der Liga konnten wir dann tatsächlich auch noch den ersten Platz belegen, punktgleich mit Atletico Madrid, aber das Torverhältnis hat geregelt. Im Pokal mussten wir uns dann leider aber gegen Atletico Madrid im Finale geschlagen geben. In der Champions League Gruppenphase konnten wir uns auf dem ersten Platz durchsetzen, wenn auch nicht souverän, aber immerhin weiter. Im Achtelfinale gegen Inter Mailand war dann aber leider schon Schluss und am Ende hat auch Inter Mailand die Champions League sogar gewonnen. Aber zusammenfassend würde ich sagen, Messi hatte eine Wahnsinnskarriere auch hier in unserer Karriere-Simulation. Er hatte am Anfang einen sehr guten Start, dann leider natürlich ein paar Dämpfer, wo auch die Titel gefehlt haben. Aber am Ende konnte er einmal die Champions League gewinnen und er wurde auch sogar Spieler des Jahres. Also das lässt sich doch auf jeden Fall sehen. Lasst gerne ein Abo da und verpasst somit keine weiteren Karrieren. Also das lässt sich doch auf jeden Fall sehen.